Ich nutze die Zehnerkarte bei Brineo, der Zehnerpass. Der kommt mir sehr gelegen, da ich momentan noch in Elternzeit bin. Ja, also ich heiße Daniela. Ich bin selbstständig und ich verkaufe und, nein, ich kaufe und verkaufe lustige Dinge. Genau, das ist quasi mein Nebenberuf. Ich nutze die Zehnerkarte bei Brineo, der Zehnerpass. Der kommt mir sehr gelegen, da ich momentan noch in Elternzeit bin und ich das nicht ganz genau einschätzen kann, wann ich wirklich Zeit habe für mein Business. Ich bin super flexibel. Ich bin meistens einmal einmal in der Woche dann hier, ein bis zweimal in der Woche und die Zehnerkarte ist für mich einfach perfekt. Ich gehe sehr gerne hierhin, weil ich die Atmosphäre sehr ungezwungen finde, aber auch gleichzeitig familiär im Prinzip. Also man kann mit den Leuten, die hier arbeiten, sprechen und das mache ich auch ganz gerne. Aber jeder arbeitet im Prinzip auch dann für sich und hat seine Ruhe. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und ja, also mir gefällt das richtig gut. Es ist super modern ausgestattet. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020